So, normalerweise ist das hier mein Ring, Hamilcan, aber den Ring, den wir uns jetzt zusammensuchen, der wird wehtun. Und ich sag dir eins, Rahimi, ich mach dich platt! Das ist jetzt die offizielle Herausforderung an den WBO-Champion aus Kabul, Hamid Rahimi. Das Afghanistan-Blog fordert dich Mann gegen Mann. Nenn mir einen Ort und nenn mir eine Zeit und ich werde da sein. Und wenn du dich traust, schickst du mir eine Antwort auf dieses Video, ob du die Herausforderung annimmst. Ich zähle auf dich. Chodafes! Ich zähle auf dich.